Scherzfragen für Kinder. Kannst du diese Fragen beantworten? Frage 1. In welchen Zug passt nur ein einziger Mensch rein? Die Antwort ist in den Anzug. Frage 2. Welcher Papa kann fliegen? Die Antwort ist der Papagei. Frage 3. Was macht eine Wolke, wenn es sie juckt? Was macht eine Wolke, wenn es sie juckt? Die Antwort lautet, sie sucht einen Wolkenkratzer. Frage 4. Wie kommt eine Ameise über den Fluss? Wie kommt eine Ameise über den Fluss? Die Antwort ist, sie nimmt das A weg und fliegt als Meise darüber. Frage 5. Wo geht man durch ein Loch rein, aber durch zwei Löcher wieder raus? Die Antwort ist bei einer Hose. Frage 6. Was ist ein Keks unter einem Baum? Die Antwort ist ein schattiges Plätzchen. Frage 7. Welchen Tisch kann man essen? Die Antwort ist den Nachttisch. Frage 8. Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Die Antwort ist, weil laufen zu anstrengend wäre. Frage 9. Was wird beim Trocknen nass? Was wird beim Trocknen nass? Die Antwort ist das Handtuch. Frage 10. Welchen Fall kann kein Detektiv lösen? Die Antwort ist einen Wasserfall. Frage 11. Was muss man tun, bevor man aus einem Flugzeug aussteigen kann? Was muss man tun, bevor man aus einem Flugzeug aussteigen kann? Frage 12. Wer verdient sein Geld, ohne auch nur einen einzigen Tag zu arbeiten? Wer verdient sein Geld, ohne auch nur einen einzigen Tag zu arbeiten? Die Antwort ist der Nachtwächter. Frage 13. Was passiert mit einem weißen Stein, wenn man ihn ins rote Meer wirft? Frage 14. Was passiert mit einem weißen Stein, wenn man ihn ins rote Meer wirft? Die Antwort, er wird nass. Frage 14. Was hat viele kleine Zähne, aber keinen Mund? Frage 15. Was hat viele kleine Zähne, aber keinen Mund? Die Antwort ist eine Säge. Frage 15. Welcher Mann wird in der Sonne kleiner? Die Antwort ist ein Schneemann. Frage 16. Welche Maus kann fliegen? Die Antwort, die Fledermaus. Frage 17. Welches Gemüse ist am besten gelaunt? Die Antwort, Kichererbsen. Frage 18. Wann kann man Wasser in einem Sieb tragen? Wann kann man Wasser in einem Sieb tragen? Die Antwort, wenn es gefroren ist. Frage 19. Wer trägt eine Brille und kann doch nicht sehen? Wer trägt eine Brille, aber kann nicht sehen? Die Antwort ist eine Nase. Die letzte Frage, Frage 20. Ein Mann fällt aus dem Fenster eines dreißigstöckigen Hochhauses. Ihm passiert nichts. Wie kann das sein? Ein Mann fällt aus dem Fenster eines dreißigstöckigen Hochhauses. Ihm passiert nichts. Wie kann das sein? Die Antwort ist, er ist aus dem Erdgeschossfenster gefallen. Die Antwort ist, er ist aus dem Erdgeschossfenster gefallen. Die Antwort ist, er ist aus dem Erdgeschossfenster. Vielen Dank.